Guten Quatsch Hamburg. Ferientipps für Daheimgebliebene. Heute? Adventure-Tennis in Stelling. Unweit der Autobahnabfahrt Stelling in einem schnuckeligen Gewerbegebiet gibt das den Tennisspaß für Jung und Alt. Der Besitzer hatte die Idee, aus einer völlig heruntergekommenen Anlage ein prickelndes Abenteuererlebnis zu machen. Die Anlage bietet sowohl drinnen als auch draußen den ultimativen Kick. Die Plätze draußen sind mit Dornhecken völlig überwuchert und somit kann jede Bewegung zu einem stacheligen Unfall werden. Drinnen ist das Dach der alten Halle völlig heruntergekommen, sodass bei Regen fast durchgängig Wasser in die Halle tropft. Ein feuchtfröhliches Spektakel also. Bei Hagel und Starkregen droht sogar Einsturzgefahr. Mehr Nervenkitzel geht also fast gar nicht. Auf allen Plätzen gibt das entweder keine Netze mehr oder nur noch völlig durchlöcherte, sodass einerseits die Anlage im Prinzip der perfekte Einstieg für Anfänger ist, andererseits aber auch andalusisches Golf-Tennis gespielt werden kann. Dabei wird der Filzball durch die Löcher im Netz geschlagen. Mein persönliches Highlight sind die Duschräume. Für 1 Euro kann man das Experiment wagen, sich nach der körperlichen Höchstleistung abzuduschen. Hier ist der Kick, man weiß nicht ob und welche Flüssigkeit aus der Leitung sprudelt. Mit Glück kommt in Schüben kaltes Wasser aus dem Duschkopf, mit ganz viel Glück ist es sogar rostfrei. Hast du Pech, passiert gar nichts und der Euro ist weg. Also Leute, die Adventure-Tennis-Anlage in Stelling freut sich auf euren Besuch. Ferientipps für Daheimgebliebene bei Radio Hamburg.